Die Neuen haben Minas Morgul verlassen. Im Grunde ist es ein alter Freund. Dein Geib durch dort Wolken, Schatten, Erde und Fleisch. Dacht Isengard steht dir zur Verfügung. Du weißt, wovon ich spreche. Die Zeit drängt. Im Grunde ist das nicht sonderlich viel, mein alter Freund. Das wäre weise, mein Freund. Ich habe es gesehen. Der Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt und sieht alles. Bist du dir da sicher?